Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an schon dem 4. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 536 und heute habe ich einiges an Themen mit für euch dabei. Tesla und Apple Enttäuschen, Apple Watch, App Store, Verkaufsverbot, Bird Box Challenge, Fuchsia, Thunderbird, Surface Studio 2, Samsung, Philips Hue und Synology. Ich beginne gleich mit den grossen Enttäuschern, zumindest wenn es nach Anlegern und oder der Börse geht. Im letzten Quartal hat Tesla 63.051 Model 3 und insgesamt 90.700 Fahrzeuge rausgehauen. Das ist dreimal mehr als sie es im vorgängigen Jahr getan haben und dennoch hätte man mehr gewollt, wenn es nach der Börse ging. Und somit ist die Aktie wieder runtergedonnert. Ein bisschen, zumindest ein paar Prozentchen. Ja, unschön, aber Börse funktioniert natürlich mal so. Gleiches ist bei Apple passiert. Apple hat bekannt gegeben, dass sie mit weniger Umsatz rechnen im letzten Quartal des 2018 Jahres. Und das Ganze hat dann auch gleich zu einer Korrektur an der Börse geführt und knapp minus 9, irgendwas Prozent dann auch die Papiere einbrechen lassen. Des Weiteren konnten sie aber vermelden, dass zum einen, und das war nicht von Apple direkt, sondern wieder mal von einem Zahlenschubser, dass wahrscheinlich die Apple Watch erfolgreicher ist, als der iPod jemals war. Wenn man so ein bisschen rumschaut, kommen auch ganz viele im privaten Umfeld und so weiter, sieht man immer mehr von denen. Und was auch, und da kommen wieder Zahlen von Apple, sehr stark angezogen haben, sind halt die ganzen Services dahinter. Movie, also Filme verkaufen, Filme verleihen, Musik, iTunes Music, die Cloud-Geschichten etc. bringen anscheinend richtig Geld. Und man wusste ja schon länger, dass es in die Richtung gehen muss, kann, will, soll, wie auch immer. Denn es kann nicht sein, dass das iPhone ewig eine Cash-Cow bleibt, denn der Markt ist langsam übersättigt. Das sieht man ja auch mit den ganzen Firmen, die da so drauf drängen. Dann geht es weiter mit dem iPhone, und zwar mit einem Verkaufsverbot. Qualcomm konnte es ja durchbringen, dass Apple keine iPhone 7 und 8 mehr verkaufen darf. Und das gilt jetzt vor allem, wenn ich richtig informiert bin für Deutschland. Und deshalb hat man die Modelle aus dem Store genommen. Interessanterweise bei Apple selber. Die anderen Partner, wie in Deutschland Cyberport und Gravis usw. verkaufen, verboten gute Smartphones. Nämlich diejenigen, die eben von Qualcomm verboten wurden, die dürfen das noch weiterhin absetzen. Mal schauen, wie das da weitergeht mit dem Streit zwischen den beiden. Das kann ja noch heiter werden. Wir gehen weiter mit... Und jetzt hängt mein ganzes System. Toll. Jetzt will ich mich verarschen. Wir gehen weiter mit Services. Und einer dieser ist eben der App Store bei Apple. Und da hat man zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, sprich am Silvesterwochenende oder nach Weihnachten bis Silvestern, insgesamt 1,2 Milliarden umgesetzt mit Apps, In-Apps usw. Schon heftig, wenn man bedenkt, was da alles über den Ladentisch gegangen ist. Habt ihr euch da auch was gekauft? Kann natürlich auch ein Play Store sein. Gerne mal über die Kommentare oder Social Media per Mail, wie ihr möchtet. Da wäre ich echt gespannt drauf. Weiter geht es mit Augen auf. Ja, Bird Box. Bird Box ist ein Film auf Netflix, der auf Netflix rausgekommen ist mit... Jetzt mag ich den Namen der Schauspieler wieder nicht mehr erinnern. Genau. Aber mit geschlossenen Augen. Schaut ihn euch am besten selber an. Ich mag da nicht allzu viel darüber erzählen. Auf jeden Fall gibt es dazu Hashtag Bird Box Challenges, wo sich Leute versuchen, mit verschlossenen Augen durch den Tag zu kommen. Oder nur gewisse Aufgaben zu meistern etc. Halt getreu dem Film, nur halt ohne die reale Gefahr dahinter. Und da gibt es aktuell ziemlich Gegenwind. Auf Social Media sieht man auch ganz fleissig immer wieder Tweets und Facebook-Posts, wo man davon abrät. Auch Netflix selber rät davon ab, dass man da nicht mitmachen soll und gefälligst die Augen aufhalten soll. Und wenn man sich so das eine oder andere Video anschaut, ja, sind auch gewisse sehr dumme Geschichten mit drin, wie Autofahren mit geschlossenen Augen und so Geschichten. Das muss einfach nicht sein, liebe Leute. Aber es muss auch nicht sein, dass man sich wegen jedem solchen Ding so stark echauffiert. Liegt aber natürlich auch daran, dass es aktuell nicht allzu vieles an Neuigkeiten gibt. Guckt, Google hat seinem Fuchsia OS, falls ihr das noch nie gehört habt, hier in der Daily oder auch sonst, hatten wir zwar auch schon das eine oder andere Mal. Fuchsia OS ist das Nachkommende, was nach Android kommen soll, also der Nachfolger von Android. Und da hat Google jetzt ein bisschen was reingebacken und das ist der ATR, der Android Runtime. Oder die Android Runtime, über die Geschichte lassen sich dann schlussendlich im Fuchsia OS Android Apps laufen. Und das wird ziemlich wichtig sein, weil man sich ja hier vom Linux-Körnern und allem drum und dran trennt und etwas ganz Neues aufbaut. Und wie man es ja bei Windows damals gesehen hat mit den mobilen, wenn keine Apps da sind, funktioniert es nicht. So hätte man zumindest eine große Basis an Apps, die drauf laufen könnten. Die Zeiten können sich schnell ändern. Vor nicht ganz drei Jahren hat man bei Mozilla Thunderbird abgesägt und gesagt, das Ganze wird aufs Abstellgleis verschoben oder zumindest pausiert. Und da hat sich dann 2017 ziemlich schnell in die andere Richtung gedreht. Man hat verkündet, es kommt was Neues und jetzt soll es soweit sein. Im 2019 kommt dann die neue Mail-App raus. Ihr werdet sehen, ein bisschen mehr Optik, also ein bisschen eine Verbesserung in der Optik, was Thunderbird ja deutlich auch nötig hat, wie ich finde. Aber vor allem auch in Bezug auf Stabilität, auf Gmail-Unterstützung mit Labels etc. Und Sicherheit und Privatsphäre werden da ganz hoch angesetzt. Da bin ich extrem gespannt und werde, wenn es da ist, das sicherlich auch für mich wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Dann habe ich noch zwei Ankündigungen. Zum einen hat Microsoft den Surface Studio 2 vorgestellt. Das ist der All-in-One, so das iMac unter den Windows-Geräten vorgestellt. Und ja, was soll ich sagen? Schönes Gerät, immer Ansichtssache, aber ein schönes und flexibles Gerät mit anständiger Hardware drin, aber für einen doch intensiven Preis. Aber das passt ja auch bei Surfaces wie bei den Mac-Produkten. Da sind die Preise halt ein bisschen angezogener und wer das haben möchte, kann. Wer nicht, hat genügend Alternativen. Im Windows-Universum gibt es ja die Alternativen. Am 7. Februar kommt das Teil raus. Ab irgendwie 4100 Euro geht es los. Ein bisschen günstiger geht es los bei Samsung. Die haben diverse neue Monitore vorgestellt für das Jahr 2019 an der CES 2019. Besser gesagt im Vorfeld, die startet ja heute erst richtig. Und ja, was hat es da dabei? Ein Highlight, wie ich finde, ein Monitor, der an die Wand zurückgestellt wird und man, wenn man es braucht, hervorklappen kann. Müsst ihr euch den Link in den Shownotes anschauen. Ich finde das praktisch und ja, aufgeräumt. Und dann natürlich auch für die Gamer. Schöne, grosse, gekurvte Monitore etc. hat man vorgestellt. Zu guter Schluss komme ich noch zu zwei kleinen Problemen. Das erste Problem ist bei Philips Hue. Schon über Weihnachten gab es da irgendwelchen Hickhack. Hab zum Glück selber nichts davon bemerkt. Jetzt wieder, seit gestern Abend unserer Zeit, ist es so, dass, sobald man von außen aufs System zugreifen möchte, also nicht direkt vom heimischen WLAN, also vom Sofa aus oder wo auch immer vom Büro aus, sondern wenn man ohne Wi-Fi reingehen möchte, also von, ja, eben draussen. Ihr wisst schon, da wo die Bazillen sind und so. Genau. Und betroffen sind auch Leute, die Google Home und Alexa dafür nutzen. Ich hoffe, das bekommt man relativ schnell wieder in den Griff. Zumindest mein Bürohub erreiche ich noch. Den Wohnzimmerhub erreiche ich aktuell nicht mehr. Da kommt bei mir eine Fehlermeldung, dass da irgendwie ein Problem besteht. Zu guter Letzt, auch ein Problem besteht bei Synology, wenn ihr nicht updatet. Solltet ihr ein NAS-System und oder ein Router aus dem Hause Synology nutzen, unbedingt auf die neueste Firmware-Version updaten, weil es eine ziemlich gravierende Sicherheitslücke drin hat, auf die man nicht unbedingt, ja, fremde Leute darüber reinlassen möchte, sollte, wie auch immer. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte und auch, ja, somit für die ganze Woche, denn die ist jetzt wieder rum. Es ist Freitag. Wir haben die bald erste Woche im 2019 überstanden. Oder kommen zumindest zum ersten Wochenende. Ist auch was Schönes. Euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und ein schönes Wochenende. Ab Montag ist der Achim wieder für euch da. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.